Also meine Damen und Herren, wenn Sie gerade hier Kabel 1 einschalten, Sie erleben gerade für Sie eine Weltsensation. Sie schreiben gerade Kabel 1 Geschichte und erleben hier gerade was, was ich in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Und da drin hier, eben in den Paketen. So, meine Damen und Herren, wenn da draußen jemand sitzt. Hey, du brauchst gar nicht mehr... Freundchen, du kannst gleich gehen. Du kannst gleich... Du kannst gleich... Komm. Hau ab. Hau ab mit den Dingern. 50 Euro dein Paket. Meine Damen und Herren, das kann ja wohl nicht wahr sein. Es tut mir leid. Ich bringe die neuen Pakete. Mach, nimm bitte die Pakete. Nimm bitte diese Pakete, die du gerade eben runtergeschmissen hast. Wir können nicht diese Serie da benutzen. So, und wenn ich die ausklippe, meine Damen und Herren, das mache ich für Sie, wenn Sie die Kohle haben wollen. Hier, die bleiben mal schön hier. Die bleiben mal schön hier, Freunde. Schön 500 Euro drin in einem. Und in den nächsten auch, in den nächsten 400, in den anderen 300. Schön bleiben Sie. Die bleiben schön hier, Freunde. Ja, und da braucht er mir heute hier so ein vollbartiger, unrasierter Typ da reinwatscheln hier. So, Freundchen, wenn du mich noch einmal anschneist, breche ich das Spiel ab und verlasse live hier dieses Studio. Du kannst nicht wahr. Alles klar. Meine Damen und Herren, die Live-Sendung wird in diesem Moment hier nicht mehr weitergesendet mit mir. Es wird jetzt gleich Martin Scholz kommen. Ich werde mich hier abkabeln. Und das war's. Danke. Wiedersehen. Hallo? So, meine Damen und Herren, ich hoffe, das hat sich alles ein bisschen beruhigt. Wir starten mit vier Leitungen. Und es geht los in fünf. Vier. Und jetzt seien Sie schnell, die Runde muss jetzt vorbei sein. Wir müssen das Spiel abbrechen. Haben Sie ein Tier mit genau fünf Fusen? Das ist ja der Wahnsinn, was hier passiert heute. Klar, in zehn Paketen kriegen Sie drei, vier, vielleicht 5000 Euro, aber das ist jetzt so. Drei. So, Achtung. Bei null. Zwo. Alle, die eine Lösung haben, machen's bitte. Eins. Wir können's ja nicht abbrechen, Sie sehen's ja. Es ist eine laufende Runde. Jetzt. So, vier Leitungen. Achtung. Einen. Nur eine müssen Sie treffen. Nur eine einzige. Jetzt. Voll sie die Kohle. Jetzt. Achtung, Trommelwirbel. 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 So, ich hab jetzt hier Pakete ausgepackt. Das sind 2800 Euro. Da sehen Sie, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist heute. Da hat die Requisit einen Fehler gemacht. Das tut mir leid. Das Geld kriegen Sie jetzt. Trotzdem will ich nicht mehr anschreien jetzt. Das kann nicht mehr sein, Leute. Scheiß mich doch nicht so an jetzt. Gott, noch mal. Achtung. Es blinkt. Verdammt noch mal. Was ist denn mit der Technik los? Fünfte Leitung. Vor zwei. Oh, mein Gott. Was ist denn hier? Das ist alles made by hand, oder was? Das geht nur bis hier hin. Da hängt über das Kabel dran. Das ist ja der Wahnsinn. Der hängt an. Hier, Freunde. Vor zwei. Vor zwei. 90 Sekunden. 89 Sekunden. 88. Oh, Musik, Achtung, es tickt. Musik aus, Musik aus. Jetzt wird es spannend. Was ist denn jetzt los? Seitdem wir noch drauf. Hallo, wir sind noch live drauf. Wir machen noch nicht zu. Ja, ihr macht es doch fertig da jetzt doch. Macht ihr schon das Licht aus, oder was? Ja, ich wollte die Muskeln... Die Sendung ist gleich aus, aber noch nicht jetzt. Sie sind mit in der Live-Sendung. Was liegt denn da eigentlich alles auf dem Boden? Junger Mann, wir sind gerade live drauf. Machen wir doch schon mal die anderen Türen zu. Schauen wir das Licht aus in den anderen Studios. Schau dir das an. Was ist denn das hier? Was macht denn der Hausmann? Machen wir doch mit dem Geld auf dem Boden. Können Sie bitte... Ja, jetzt machen wir dahinter. Wir sind gleich runter. Eine Minute komme ich wieder und seid ihr weg hier. Ja, wir sind gleich runter. Was ist denn da los? Dann kommen die Leute hier live rein und machen das Licht aus. Geht's noch? Meine Damen und Herren, wenn da draußen jemand... Achtung! Wenn da draußen jemand sitzt, ans Telefon. Wir haben gleich Sendeende, Freunde. Achtung! So jetzt, Feierabend hier. Wir sind immer noch live... Nein, nix. Feierabend, hab ich gesagt. Sag mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nix! Feierabend, hab ich gesagt. Wir sind live... Nein, da wollen wir nicht diskutieren. Sie sind... Hier Leute, haben diese noch alle? Wir haben Live-Sendung. Wir sind ja gleich drunter. Lass ihn doch jetzt rein, mach jetzt Feierabend, verdammt. Und die Frauen, die warten hier und wollen putzen. Hört's bitte auf. Dann räumt doch... Wir können nicht abbrechen. Wir haben doch noch das Spiel hier. Sag mal, haben Sie sie noch alle? Was ist denn für ein Spiel? Raus! Burschein. Jetzt pass nochmal. Du aufgesetzter Schickimicki, Fernsehmoderator... So, ich glaub, das muss mir die anderen in der Leiste haben. Das muss mir nicht an so... Raus! Sie spielen! Sag mal, ich glaub, ich spinne, der beschimpft mich hier live. Was ist denn das für ein Penner? Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Machen Sie Feierabend jetzt! Sie bepisst der Hausmeister, hauen Sie ab! Sie machen Feierabend jetzt! Es tut mir leid, meine Damen und Herren, aber sowas kann ja wohl nicht sein. Da kommt ein Hausmeister live hier in die Sendung und will das Spiel und will die Sendung abbrechen. Die Sendung ist dann aus, wenn der Zuschauer hier ist. Entschuldigung gerade den Ausdruck, aber da gehen einer auch die Nerven durch. Irgendwas passiert hier ständig. Disput hier. Herrgott, hier ist es noch einmal. Was ist jetzt los? Regie! Der dämliche Hausmeister hat das Licht ausgemacht. Ich glaub das nicht. Jetzt hat er das Licht ausgemacht. Meine Damen und Herren, wir sind noch drauf. Es tut mir leid, diese... Sorry, was ist denn jetzt? Was ist denn das für eine Beleuchtung, Leute? Notschaltung. Meine Damen und Herren, die Leute wollen jetzt hier putzen. Was ist denn hier los? Wir sind gleich weg. Jetzt macht er hier die Scheinwerfer aus. Der Hausmeister, das wird ein Nachspiel haben. Mit dem Hausmeister. Schauen Sie hier, stehe ich im Dunkeln. Freunde, wenn Sie gerade einschalten, es ist schlechtes Licht. Das liegt daran, dass der Hausmeister gerade hier das Licht gezogen hat. Dogen? Max? Ja? Ich würde es für sinnvoll finden. Für sinnvoll halten heißt das. Für sinnvoll halten, Entschuldigung, ist schon sehr spät. Ja. Ich würde es für sinnvoll halten. Was denn jetzt? Komm auf den Punkt. Wenn du dich jetzt noch einmal bei mir entschuldigen willst. Begeister mich. Aber damit kannst du mich nicht begeistern. Für was denn entschuldigen? Ja, für die Sendung jetzt hier. Wenn so viel Kohle jetzt rausging. Moment mal. Also, angeschätzt hast du mich, ja. Ja, du hast dir das Geld einfach drauf geballert, wie du wolltest. Hab ich doch nicht gemacht. Ja, doch. Nee, ja, doch. Da lache ich mich aber grün und blau. Freundchen. Hör mal, du hast wohl mit dem falschen Geist gefeiert. So brauchst du mit mir nicht reden. Nicht du, nicht du kleiner Dicknäschen. Vorsicht. Es geht alles eins zu eins live raus. Das weißt du. Wenn du so eine fette Nase hast, das kann doch jeder sehen. Ja, aber stell dir mal vor, ich würde dich Pornoredakteur nennen. Es geht doch eins zu eins raus. Es geht doch nicht los. Sitzt da jemand draußen, hat eine Lösung? Ja oder nein? Ich trete. Jawohl. So. Ganz schnell. Wer ist am Telefon? Daniel Klug aus Krefeld. Daniel Klug aus Krefeld. Ich werde bescheuert. Was hast du für ein Tier? Der Fuchs. Der Fuchs. Der hat die ganze Gestole. So. F. U. C. Wo ist es H? H. H oben links. Und das S? Gewonnen. Mein Lieber, du hast gewonnen. Jawohl. Möchtest du 2.800 Euro haben oder lieber einen Umschlag? Äh, ich möchte die 2.800 Euro haben. Ich biete dir Umschlag blau für 2, anstelle die 2.800. Ne, hör mal. 2.800, das ist so viel Kohle für mich. Ja. Na guck mal, was im blauen drin gewesen wäre, den du nicht nimmst. Scheiße. Das wären 5.000 gewesen. Ja. Ah ja, macht er nix. So. Ähm. So, ganz schnell Jackpot. 2.800 Euro, herzlichen Glückwunsch. So, wann hast du, wann hast du Geburtstag am wievielten? Ich hab am 16.05. Geburtstag gehabt. 16.12. Gucken wir mal. Ha, schauen Sie mal. Ist es leider nicht. Aber 2.800 gewonnen. Das ist doch mal was. Ne. Mit dem blauen Umschlag wären es 5.000 gewesen, aber das weiß man ja nie. Ja. Egal. Hätte ja auch weniger sein können. So. Herzlichen Glückwunsch. Bleibt wieder am Telefon. Toll gemacht. Und jetzt bitte nicht auflegen. Ja. Viel Spaß und schönen Abend jetzt beim lauten Programm hier bei Kabel 1. Und dann bis bald mal wieder. So, meine Damen und Herren, das war es an dieser Stelle. Es war ein bisschen aufregend alles. Wenn Sie sagen, boah, jetzt haben wir Kabel 1 oder hohohoho, dann sag ich, ja, ich entschuldige mich hier, dass es so ein bisschen chaotisch war, aber Sie haben sehr viel Geld gewonnen. Schlafen Sie gut. Viel Spaß im lauten Programm. Bis bald mal wieder. Tschüss.